Guten Morgen Facebook. Heute Morgen melde ich mich aus einer Schatzkammer, sprich aus einem normalen, unaufgeräumten Jugendzimmer. Ich bin frisch rasiert und nicht mehr fern der Heimat und möchte euch heute eine Idee mit auf den Weg geben, die mir gerade gekommen ist. Betrachte diesen Tag heute doch einmal als Schatzkammer und versuche den Schatz zu finden heute in irgendetwas, was dir heute begegnet, passiert, vielleicht auch was du erleiden musst. Und heute Abend treffen wir uns dann wieder hier auf Facebook und jeder erzählt von seinem Schatz, den er heute gefunden hat. So zum Beispiel habe ich heute Morgen in meinem Schrank mein altes Raumschiffsmodell der Marco Polo wiedergefunden. Schlecht zusammengeklebt, ich gebe es zu, aber trotzdem wunderschön und ich erinnere mich immer wieder gerne daran. Also, ich bin gespannt, was ihr heute erleben werdet auf eurer Schatzsuche des Lebens. Hier ist das alles, ich bin der Mannschaft.